Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Homage Watches. Heute möchte ich euch mal eine Audemars Piguet Royal Oak Hommage vorstellen. Und zwar handelt es sich hier um die Didoon Design Royal Run. In meinem Fall ist sie als Monte Carlo gebrandet. Ich habe die Uhr damals bei Amazon gekauft. Bei Amazon heißt der Anbieter Talkstore. Damals war die Bezeichnung noch Monte Carlo. Inzwischen heißen die Uhren dort auch Didoon Design. Ich habe euch das Ganze unten mal verlinkt. Die Uhr gibt es grundsätzlich in verschiedenen Ausführungen. Ich habe jetzt hier die Edelstahl Variante mit dem blauen Zifferblatt, so wie man es auch von AP kennt. Es gibt die Variante auch mit einem weißen Zifferblatt, mit einem schwarzen. Und die Uhr selbst gibt es natürlich auch in Roségold und in Gelbgold. Und natürlich auch als Chronograph, quasi angelehnt an die Royal Oak Offshore. Ja, wie wir sehen können, dieses klassische Gerald-Genta-Design. Also es ist hier wirklich quasi ein 1 zu 1 Nachbau einer AP Royal Oak 42 Millimeter. Das Design ist einfach beeindruckend. Und ja, eines soll gesagt sein, es ist hier wirklich eine sehr, sehr hochwertige Hommage. Also das hier ist die hochwertigste Hommage, die ich bisher so in der Hand hatte. Ist nicht wirklich super günstig, aber immer noch erschwinglich. Nur die Preise pendeln bei unter 200 Euro. Wie gesagt, Links sind unten in der Beschreibung. Die Uhr zeichnet sich durch eine sehr gute Ausstattung aus. Wir haben hier ein Saphirglas, tatsächlich. Es ist jetzt nicht entspiegelt oder so. Ein ganz klassisches Saphirglas, wie wir es aber auch von diesen Pagani-Design-Uhren kennen, die ich hier schon öfters mal vorgestellt habe. Die Uhr ist mit einem japanischen Miyota-Werk, Automatik-Wert, ausgestattet. Wir haben hier einen Automatikaufzug. Wir haben aber auch einen Handaufzug. Und wir haben Sekundenstopp. Das Werk geht in meinem Fall etwa 2-3 Sekunden am Tag nach. Meiner Meinung nach ist das ein ziemlich guter Wert. Ja, und ich habe die Uhr inzwischen seit etwa anderthalb Jahren. Ich trage sie aber nicht wirklich sehr oft. Aber bisher leistet die Uhr auf jeden Fall super Dienste. Ist auch nicht besonders anfällig oder so. Also größere Kratzer konnte ich bisher nicht feststellen. Ich habe hier einen kleineren Kratzer. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier so ein bisschen. Aber ansonsten ist die Uhr immer noch neuwertig. Ja, ein Nachteil ist die Wasserdichtigkeit. Die Uhr ist leider nur 30 Meter wasserdicht. Aber gut, das Original von AP ist auch selbst nur 50 Meter wasserdicht. Also kann man das, denke ich, mal hinnehmen. Ja, die Uhr ist komplett aus Edelstahl. Also Stainless Steel. Sowohl das Gehäuse als auch das Band. Also hier ist alles aus dem Vollen geschnitzt. Hier ist nichts günstig. Wir haben hier eine verschraubte Krone mit Logo. In meinem Fall MC Monte Carlo. Das Ganze ist ja hier auch auf dem Ziffernblatt drauf. Monte Carlo, Automatik. Wie gesagt, wenn man die Uhr heutzutage erwirbt, steht da Dido Design drauf. Ich glaube, diese Hersteller, es ist ja wie bei Pagani Design und Bersigar, diese Hersteller ändern öfters mal die Namen. Aber im Grunde genommen ist die Uhr immer gleich. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es exakt diese Uhr in anderen Ländern unter IP gebrandet gibt. Also in Deutschland ist das natürlich nicht erlaubt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Es ist an sich schon wirklich ein sehr, sehr exakter, guter Nachbau. Ja, der Durchmesser der Uhr beträgt 41, 42 Millimeter, genauso wie das Original. Wir haben hier eine Lack-to-Lack-Länge von 52 Millimetern. Also doch eine recht große Uhr, wobei wir hier natürlich schon so eine leichte Biegung drin haben. Das heißt, man kann sie selbst mit einem dünnen Handgelenk noch einigermaßen gut tragen. Wir haben eine Höhe im Gehäuse von 12 Millimetern. Das ist wiederum relativ flach. Das kennt man ja auch von diesen AP-Dress-Uhren. Das ist so ein Mix aus einer Dress-Uhr und einer Sportuhr, würde ich sagen. Die ganz sportlichen Uhren sind dann ja doch eher die Royal Oak Chronographen. Aber ich denke, diese Uhr ist immer noch sehr elegant. Gerade auch durch dieses sehr, sehr schöne gebürstete und polierte Finish. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ja, wir haben hier vorne eine Breite am Anschluss des Armbandes von 24 Millimetern. Und das Ganze wird dann nach unten hin schmaler. Unten an der Schließe haben wir dann nur noch eine Breite von 18 Millimetern. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Uhr ein wirklich sehr, sehr schönes Finish hat. Also die Oberflächen der Uhr sind gebürstet. Ich hoffe, man kann es hier erkennen. Hier oben auch die Lünette. Das ist sehr schön gebürstet. Und die Ränder und Kanten sind dann poliert. Und da kann ich wirklich nichts dran aussetzen. Ich habe mir das wirklich ganz genau im Detail angeguckt. Und die Verarbeitung ist in dem Fall wirklich sehr, sehr schön. Und das wird jetzt auf der Kamera hier nicht wirklich gut rüberkommen. Aber eins sei gesagt, die Uhr reflektiert das Licht einfach wunderbar. Wenn man die Uhr am Abend trägt. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen erkennen kann. Aber das sieht einfach super aus. Das ist einfach dieses EP-Design. Das ist einfach ein super schönes Design mit diesen gebürsteten Oberflächen. Und je nach Lichteinfall sieht die Uhr anders aus. Das macht auf jeden Fall einiges her. Das Band ist genauso wie das Gehäuse. Sehr ordentlich verarbeitet. Auch hier Oberflächen gebürstet. Und hier am Rand, ich hoffe, man kann das sehen, die einzelnen Glieder auch hier poliert. Das Ganze lässt das Ganze einfach sehr ordentlich erstrahlen im Licht. Wir haben die einzelnen Bandglieder hier verschraubt. Ich hoffe, man kann es sehen. Auch hier Verarbeitung kein Problem. Oft hatten wir es ja bei diesen günstigen chinesischen Uhren, dass die Schrauben nicht wirklich schön reingehen oder so. Aber das ist hier überhaupt kein Thema. Wir haben massive Bandanschlüsse. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, das Ganze sieht so ein bisschen aus wie beim Original. Also da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied. Die Schließe ist auch komplett massiv. Ich denke mal, man sieht das hier. Die Kamera fokussieren möchte. Ja, also auch das ist sehr massiv. Schließe so eingehakt. Und dann kommt dieser hier mit dem Logo drauf. Ich glaube, jetzt bei den neueren Modellen, wie gesagt, ist dann hier ein D für Dino Design. Bei mir noch MC für Monte Carlo. Auch das ist hier schön eingraviert und nicht einfach drauf gedruckt oder so. Also wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Um die Schließe zu öffnen, müssen wir hier die beiden Druckknöpfe drücken. Und auch hier, man kann sehen, hier ist... Normalerweise kennt man das bei diesen Schließen, bei diesen günstig... Wenn die günstig ausgearbeitet sind, dass wir hier so ein bisschen Spiel haben in den Drückern. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also das sehr gut verarbeitet. Hier generell das Band. Hat so ein Minimalspiel, aber wirklich tolerierbar. Also alles andere als schlimm. Die Uhr ist natürlich sehr schwer. Ich habe jetzt kein genaues Gewicht gefunden, aber ist deutlich schwerer als andere Uhren. Aber es wird beim Original natürlich nicht anders sein. Es ist schon auf jeden Fall keine leichte Uhr und auch keine kleine Uhr. Und man trägt diese Uhr eher selten im Alltag, weil es ist halt doch schon eine sehr, sehr starke... Ja, sehr, sehr starke Anlehnung ans Original und eine sehr auffällige Uhr. Aber wenn man einfach mal schauen möchte, wie einem so eine AP steht, wenn man mal so eine AP-artige Uhr in der Hand haben möchte, ist diese Dido-Design-Uhr einfach eine klasse Sache. Ich selber könnte mir eine originale AP Royal Oak niemals leisten, beziehungsweise würde niemals so viel Geld für so eine Uhr ausgeben. Und das ist einfach toll, dass es eine günstige Möglichkeit gibt, dieses Gefühl einer solchen Uhr mal selbst erleben zu können. Man sollte natürlich niemanden damit beeindrucken wollen oder so, das ist natürlich klar. Und der Experte wird auch den Unterschied schnell erkennen. Aber für mich ist das auf jeden Fall ein sehr hochwertiges Exemplar. Wir haben hier unten ein Sichtfenster, wo wir dieses Werk sehen können. Das Werk an sich ist klassisch. Wir haben hier allerdings jetzt kein Branding oder sowas speziell. Also das ist hier ein Werk, wie es auch in allen anderen Uhren verbaut wird. Die Uhr ist erstaunlich leise. Also man hört das Werk überhaupt nicht laufen, auch beim Aufziehen nicht. Wenn wir hier die Krone rausdrehen. Die ist übrigens verschraubt. Aufziehen sehr seidenweich, nicht ruckelig, also funktioniert super. Dann können wir einmal hier rausziehen, dann haben wir Datumverstellung. Auch das sieht man nicht hakelig, funktioniert sehr gut. Wir müssen dann nochmal eins weiter rausstellen, haben wir hier unseren Sekundenstopp. Und können wir uns nochmal die Zeit verstellen. Dann können wir das Ganze auch wieder verschrauben. Wie gesagt, 30 Meter Wasserdichtigkeit ist nicht besonders viel. Das heißt, ich würde die Uhr auf gar keinen Fall irgendwie im Wasser anziehen. Maximal beim Händewaschen, wenn da ein bisschen Wasser draufkommt, dann passiert nichts. Aber ich wäre da wirklich vorsichtig mit. Aber es ist auch keine sportliche Uhr, das ist ganz klar. Also meiner Meinung nach geht das eher in die Richtung Dresswatch. Gerade zu einem dunkelblauen Sakko sieht das mit diesem Zifferblatt einfach richtig genial aus. Ja, final kann ich die Uhr einmal nochmal aufsetzen. Ich schließe mit einer Hand etwas umständlich, aber funktioniert. Ja, so sitzt die Uhr jetzt bei mir am Arm. Wie gesagt, ich habe ja leider, leider sehr dünne Handgelenke. Ja, wird Zeit pumpen zu gehen. Aber selbst bei mir passt diese Uhr sehr gut. Durch diese etwas anschmiegsame Form funktioniert das. Ja, wie gesagt, die Lichtreflektion ist einfach das, was diese Uhr so ein bisschen hervorhebt. Das ist meiner Meinung nach ganz klasse. Ja, die Uhr ist natürlich schwer. Aber gerade durch dieses feingliedrigere Band sitzt die Uhr sehr gut. Also die liegt sehr schön an. Und ja, lässt sich eigentlich recht komfortabel tragen. Baut ja, wie gesagt, durch die 12 mm Höhe recht dünn. Also längere Ärmel können auch teilweise drüber rutschen. Was ich persönlich sehr angenehm finde. Ja, das war es erstmal zu dieser D-Dun Design. Wenn euch generell das Thema Hommageuhren interessiert, abonniert sehr gerne den Kanal. Schaut mal, was ich schon für Videos gemacht habe. Und es wird in nächster Zeit noch mehr Videos geben. Ich habe gerade eine Bersigar Hulk bestellt. Die wird in den nächsten Tagen ankommen. Da wird es was zu geben. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Video bei Hommage Watches. Bis und ciao.